So, und da sind wir auch schon direkt im nächsten Part. Und jetzt brauche ich ja noch was auf, dass er sich stützen kann. Wir mussten ihn nämlich beim letzten Mal verarzten. Und, ja, mussten da ein bisschen was zusammensuchen für. Und jetzt mal schauen. Dann müssen wir hier erstmal wieder gucken, dass wir die ganzen Sachen finden. Einmal. So. Und, ey, warum drehst du dich aber wieder um? So. Dann haben wir hier auch eine Krücke. Gerne. Okay, helf in der Hand. Nett. Hat nicht ganz so gut geklappt. Oh, okay. Okay. Wir versuchen vorsichtig zu sein. Ja, ich muss einmal ganz kurz hier. Das machen, das machen. Dann dürfen wir erstmal wieder den ganzen Weg zurück. So. Wähle die Knöpfe in der Mitte aus, um die Karren zu verschieben. Ordne die Symbole in der richtigen Reihenfolge, äh, in der richtigen Abfolge an. Okay, das ist schon mal richtig. Das ist das. Ah. Okay. 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 Let's Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Da kommen wir so nicht rüber. Hier auch noch nicht. Hm. Ah, aber warte mal mit der Metallstange. So. Wie auch immer das geht, aber scheinbar geht's. So, da ist einmal eins. Zwanzig von dreißig. Zwanzig von dreißig. So. Okay, eine Sicherung. Da ist die andere. Da kommen wir aber so noch nicht ran. Chaos steckt in dem Mechanismus fest. Okay. So. Gut. Dann können wir hier erstmal weitergehen. Wie ist die hier hochgekommen? 22 von dreißig. 23 von dreißig. Wie ist die Eddie hier hochgekommen? Ja. Ja. Okay, gut zu wissen. Was auch immer die Alte da jetzt gerade drin rumkramt. Okay, da fehlt ein Seil. Das ist hier wieder so ein Such- und Mach-Spiel. So, jetzt haben wir ein Tuch. Nochmal. So, Statuen, Bein. Äh, mit den Handschuhen würde ich das hier mal wegmachen. Dann ist so ein kleiner Tropfen Harz. Den nehmen wir mal. Hm. Hm. Ja, das ist ein Kastellharchivstein, ja. Ja, wir brauchen vorher das Zahnrad. Ah, okay. Ja, so geht's auch. Damit habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gerechnet. So, jetzt haben wir das Item, was wir brauchen, und zwar einen Metallring. Okay, gehen wir erstmal hier zum Anwesen. So. 24, 25. Und das Viecht da oben. Wenn es jetzt nochmal wiederkommen würde. 26 von 30. Also ich weiß echt nicht, wo beim letzten Mal das Problem lag, dass ich es einfach nicht gefunden habe, alles. Aber bisher sieht es halt echt gut aus, ne? Es sind nur vier Dinger, die fehlen. Vier Dinger. Draghi-Zeit. Wo sind die letzten vier? Hier ist diese Überreste finden. Ich möchte nicht in die Nesseln reinfassen. Verständlich. Ist das nicht der, was ich brauche? Hm. Okay, jetzt scheinbar nicht, oder? Ne, scheinbar doch nicht. Da war eine Greifzange. Der Wolfssahn fehlt. Bis da müssen wir noch was machen. Da ist einmal was und da ist einmal was. Also 28 von 30. Ja, also wenn wir das diesmal nicht vollständig kriegen, dann weiß ich auch nicht. Okay. Brauchen wir noch was anderes für. Die Dreizack-Titan, äh der Dreizack-Titan im Vergleich zu anderen riesigen Bäumen. Ja, schon mit Lindsey Creek. Okay. Boom von Vox. Dort sollte eine Katze sein. Eine Katze sein, würde ich sagen. Die Katze hat nicht ganz so gepasst. Die Katze zeigt eine spezifische Feldformation an, die vom Aussichtspunkt zu sehen ist. Okay, aber ich glaube, damit können wir noch nicht viel anfangen. Okay. So. This sap looks eerily like blood. Okay, damit kann ich das noch nicht machen. Lederriem. 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 ok ok so jetzt haben wir auch die anderen sicher und wie wird sie funktionieren seltsam äußerst seltsam dann nehmen wir uns erstmal das ding vielleicht kann ich das damit ja so und jetzt könnte das was bringen jetzt vielleicht sehr gut ja damit haben wir glaube ich für den nächsten part erst mal genug gesammelt und ich würde sagen wir sehen uns dann einfach hier beim nächsten mal wieder also tschau it's been two years since the events of maple creek and i'm still on the hunt for the creature so far so 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 so